Hallo und Herzlich Willkommen auf meinem Kanal NathanSwist zum zweiten Part FyMÜV Ich nehm diesen Part jetzt gerade auf während gerade das erste Video hochlädt, deswegen, da die Abschwung ja noch niemand sehen konnte, mach ich jetzt trotzdem einfach Kapitel 1 Diese Aufnahme und wir starten sofort Also Hymn ergibt sich jetzt die nächste Stadt und dabei bekommen wir zwei neue Einheiten, und zwar zwei Ritter, dann Zane und Kent Und sind schon dabei hinten da Wir bekommen unsere erste neue Musik zu hören, sobald Zane auf Götter zu reden Und wir starten sofort Also der Zane hat eine Eisenlanze Er hat den Kavalier, und ist Level 1 Und ja, Kent, der ebenfalls ein Kavalier ist, und ist auch Level 1, und er hat eine Eisenschwert und eine Eisenlanze Hier sehen wir die Waffenränge Zane ist Able Und Kent ist... Kain Ich bin nicht mehr sicher, ich hab so lange kein FyMT mehr gespielt Aber sein Name war Kain Das symbolisiert die rote Rüstung und die grüne Und ich will noch sagen, Hymn ist ein Lord Deswegen... Also wir werden jetzt bis Kapitel 7, ne 6 erstmal nur Hymn trainieren, denn... Diese beiden brauche ich einfach nicht Diese beiden brauche ich einfach nicht Und... Die neue Musik ist, sag ich mal so Es ist nämlich die Arenamusik aus... Äh... FyMT 7, also... Versuche immer zu sagen, welche Musik das ist, wenn... Ich sie aus irgendeinem anderen Spiel kenne, wird aber schwierig, denn... Neue Bossmusik und so alles... Ich... Ich versuche immer Und der greift nicht zweimal an, auch wenn das da steht Irgendein Tutorial und so allem Und wir bewegen uns in den Wald Ich versuche immer noch die gleiche Musik, wie der eine Bandit Aber... Irgendeine haben eine andere Die finde ich eigentlich besser als die Und der hat nochmal eine andere Bossmusik als Bata vom letzten... ...Part Das witzigste finde ich immer noch, was jetzt passiert Denn... Wie ihr sehen könnt Zähne schon wieder nicht Im... ...normalen Spiel hat er eine Hit-Chance von irgendwie... ...0,80 Und wenn man da nicht trifft, das ist schon... ...belastend Also der wird jetzt, äh... Auf jeden Fall an den sterben Ob ich zum Kinn lieber Lin geben würde Aber das geht halt nicht, weil Lin soll es diesen weiter stellen Ähm... Und der war easy Ach ne, sein muss ich ja erstmal zu Lin begeben Und tauschen Heilen mit lauswählen A drücken B drücken Eigentlich könnte ich jetzt auch... Nichts heilen lassen, indem ich B drücke Aber in dem Fall ein X, weil mein Simulator ist X und Y, Y ist A und X ist B Aber ich heile mal ausnahmsweise Aber ich heile mal ausnahmsweise Ja, das ist gut Und... Die Kavaliere haben noch... ...den Vorteil, dass sie sich nach einer Benutzung auf den Rest ihrer Züge bewegen können Die Kavaliere ist nach einem Angriff Das funktioniert so Nur nach Benutzung eines Fallmittels Dann können wir den hier rein stellen Und jetzt den neue Musik Vor allem sie hören Da kann ich auch kurz lernen Mit 35% Trifft Ich hasse das Eine Besonderheit gibt es auch noch bei den Validen Denn der Hacker... Der Typ der diesen Hacker gemacht hat So gemacht, dass die Äh... In späteren Kapiteln Einen Movement von 6 haben Das weiß ich wie Weil Die Anzeige hier Mit dem Stats immer noch gleich Deswegen bewundert mich, dass er ein bisschen mehr was gemacht hat Aber Ist trotzdem ne Coole Sache Und Ja Movement wurde verändert auch Und Maximale Step erreicht Also eigentlich könnten alle Vorentwickelten Einheiten nur 20 Alle Sachen erreichen Aber Manche Einheiten können mehr Oder weniger Erreichen Den kann zum Beispiel Ungefähr 17 15 17 Stärke Ich würde sagen Zwischen 23 25 Hier wieder 15 17 Und hier auch wieder 23 25 Ich bin mir aber nicht genau sicher Dann geben wir noch ein Schwert Und noch ein Heilmittel Und das brauchen wir im nächsten Titel Und das brauchen wir im nächsten Titel Und das brauchen wir im nächsten Titel Ich habe diese Musik gerecht Aber es ist ne Fire Em 4 Musik Glaube ich Fire Em 4 oder Fire Em 5 Oder 3 Nee 3 nicht 4 oder 5 Ich will mal ziemlich sehen, dass es 4 ist Fire Em 4 Ja, es ist Fire Em 4 Ja, es ist Fire Em 4 Ja, es ist Fire Em 4 Und dieser Vanille wird das Ding anreifen Wie viel Schaden machst du denn? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein Ich sehe es noch nicht so kommen mit dir Ich sehe es noch nicht so kommen mit dir So was, ich bin einfach nicht so fit Was soll das eigentlich? Ich hätte den heilen Ich hätte den heilen sollen Geht aber ganz schnell, das Gebiet ist ja nicht groß Der heilig ist Das erhält mich ans Dach auf Aegis Das erhält mich ans Dach auf Aegis Ich bin in den ersten 3 Parts game over jedes Mal gegangen ich mache nicht den gleichen Fühler Erstmal muss ich noch was in den Einstellungen machen. So. Die Malle auch schon. Er wird wieder neue Stats bekommen. Er hat wieder Blatt. Dann können wir jetzt mal den Boss nach der zweiten Versuch. Ich hoffe, dass es nicht so viele gibt im obersten Vorkommen. Aber es ist im späteren Teil, vor allem im letzten Kapitel wird das so richtig schwer. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Und hier haben wir Final 6 Bossmusik. Wie gesagt, vielleicht so zu dir. Ey Alter, ich will jetzt meinen gefangenen Kameraden rechnen. Das ist eine Überraschung. Aber wir haben auf jeden Fall schon noch die ganze Musik die uns aber vor allem zum Ende hin wird die Musik richtig, also vor allem die Battlemusik richtig cool. Aber ich spoilere nichts zur Musik. Und damit haben wir das zweite Kapitel, das erste Kapitel abgeschlossen. Und dann würde ich sagen, ja. Wenn euch dieser Part gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal im nächsten Mal zu verpassen. So wie es eigentlich immer ist. Und dann sage ich euch Ciao!